Wie du dein eigenes E-Commerce Business starten kannst, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß! Hi Leute, mein Name ist Kevin Helfenstein. Ich bin 22 Jahre jung, bin seit drei Jahren im E-Commerce Business aktiv, habe im Jahre 2018 mehr als 3,5 Millionen Euro Umsatz im E-Commerce gemeinsam mit meinem Team erzielt. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du dein eigenes E-Commerce Business aufbauen kannst. Und ich möchte dir drei verschiedene Möglichkeiten zeigen, wie du das Ganze machen musst. Also, wir haben verschiedene Schritte, mit denen wir uns erstmal befassen müssen. Also, der Schritt Nummer 1 und der mit Abstand wichtigste Schritt ist das Produkt. Das heißt, du solltest dir jetzt schon mal Gedanken machen, was du überhaupt verkaufen willst. Also, du musst dir jetzt erstmal überlegen, okay, E-Commerce, was kann ich überhaupt verkaufen? Und ich möchte dir jetzt auch hier nochmal sagen, dass der E-Commerce Markt mit Abstand der profitabelste Markt ist, den es derzeit gibt. Und der auch die nächsten 20, 30, 40, 50, 60, 100 Jahre mit Abstand der profitabelste Markt bleibt. Warum? Digitale Produkte ist zwar alles schön und gut, aber E-Commerce oder physische Produkte braucht der Mensch immer wieder. Das heißt, irgendwann brauchen wir einen neuen Drehstuhl, irgendwann brauchen wir einen neuen Kugelschreiber, irgendwann brauchen wir ein neues Blatt Papier und so weiter und so fort. Das heißt, E-Commerce ist ein Markt, der niemals aussterben wird. Das heißt, du solltest dir jetzt schon mal Gedanken machen, was für ein Produkt kannst du verkaufen? Überlege, gehe ich in eine Nische rein und schaue, ich positioniere mich auf irgendeine Nische, in der ich mich vielleicht sogar gut auskenne? Oder du sagst, ich verfolge den Trend, ich gehe in irgendeine Nische rein, was einfach ein extrem geiler Trend ist oder was jetzt im Trend ist, was in Amerika gerade im Trend ist, was dann wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren auch in Deutschland der Trend sein wird. Oder du suchst dir ein Produkt, womit du dem Menschen helfen kannst. Das heißt, was braucht der Mensch, womit kann ich dem Menschen helfen? Oder aber du sagst, ich entwickle ein Produkt oder ich bringe ein Produkt auf den Markt, was es zwar schon gibt, aber ich gebe dem Ganzen einfach meine eigene Brand. Das heißt, hier auch nochmal ganz wichtig, das Produkt ist wirklich mit Abstand das Wichtigste. Dann kommen wir zum Punkt Nummer zwei, die Vermarktung oder generell, wie verkaufe ich das Ganze? Ich kürze das Ganze jetzt mal ab. Wir haben nämlich drei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu verkaufen oder das Ganze überhaupt an den Mann zu bringen. Möglichkeit Nummer eins wäre erstmal für die Einsteiger der Punkt. Für die Einsteiger im E-Commerce ist auch mein Favorit, ist das Dropshipping. Ich kürze das jetzt mal mit DS, weil DS steht für Dropshipping. Ich selber bin auch im Dropshipping-Markt sehr, sehr, sehr aktiv und das sogar sehr, sehr, sehr erfolgreich. Unsere Dropshipping-Stores, beziehungsweise zwei von unseren Dropshipping-Stores, wir haben mehrere, sind in der Top 10 von den Shopify-Stores in Bezug auf Dropshipping. Und deswegen auch hier der Dropshipping-Markt, das ist ein großer Markt, mit dem man wirklich viel Umsatz generieren kann. Jetzt hast du wahrscheinlich auch wieder den Glaubenssatz, Dropshipping funktioniert nicht oder Dropshipping ist tot. Das denkst du nur. So, du denkst, dass es viele Dropshipper dort draußen gibt, aber vor kurzem hat mich noch einer angesprochen, hey Kevin, ich habe voll die geile Geschäftsidee. Ich habe vor kurzem herausgefunden, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, wo man Produkte aus China irgendwie importieren kann und die direkt zum Kunden schicken kann. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber funktioniert sowas? Das habe ich irgendwie mal gelesen. Das funktioniert bestimmt super, super gut. Und da habe ich schon wieder gemerkt, ich sage, hey, die Leute, die wissen gar nicht, dass das Dropshipping, dass das existiert und dass es funktioniert. Und es ist wirklich gerade im europäischen Markt, es ist nicht bekannt. Auch wenn du vielleicht denkst, dass es bekannt ist, weil du dich für dieses Thema interessierst und gerade weil du dich für dieses Thema interessierst, wirst dir auch häufiger Werbung dazu ausgespielt. Aber ich versichere dir, es gibt nicht viele Dropshipper hier in Deutschland und generell auf dem europäischen Markt. Deswegen, wenn du Anfänger bist und überhaupt kein Startkapital hast oder schon ein bisschen Startkapital hast, aber nicht so viel, dass du jetzt nicht eine eigene Brand aufbauen willst, dann ist das Dropshipping-Business-Modell mit Abstand das beste Business-Modell, wo du einsteigen kannst und dir erstmal einen gewissen Cashflow aufbauen kannst und wirklich einen Cashflow, der extrem groß ist. Ich meine, wir sind seit mehreren Jahren im Dropshipping aktiv, haben auch mittlerweile unsere eigenen Brands gegründet auf Amazon und so weiter und so fort, aber betreiben nichtsdestotrotz weiterhin Dropshipping, weil der Cashflow-Business oder generell der ganze Cashflow und der Aufwand nicht so groß ist, als wenn wir uns ein anderes Business aufbauen. Und deswegen behalten wir das Dropshipping-Business immer bei und suchen auch immer wieder noch neue Produkte und bauen auch immer wieder neue Shops. Zusätzlich, was wir machen können, ist Amazon FBA. Amazon FBA kannst du machen, wenn du deine eigenen Produkte verkaufen willst. Was haben wir für einen Vorteil bei Amazon FBA? Okay, erstmal, du musst nicht wirklich viel Geld für Werbung ausgeben, weil dein Produkt wird auf ein Portal geladen, welches relativ bekannt ist. Und zweitens, Amazon ist eine Plattform, die so schnell nicht untergehen wird. Aber nichtsdestotrotz gibt es bei Amazon auch viele, viele, viele Nachteile. Zum einen ist es erstmal, du brauchst ein gewisses Startkapital, also du kannst nicht mit 1000 Euro bei Amazon starten. Das wird nicht funktionieren, weil du musst dir erstmal, du musst den Hersteller suchen, dann musst du das Produkt nach Hause senden. Gut, das müssen wir im Dropshipping auch. Aber was du jetzt machen musst, musst du im Dropshipping zum Beispiel nicht, du musst die komplette Ware importieren. Das heißt, du musst ganz, ganz, ganz viele Produkte, sagen wir mal 500 Stück, das ist doch eingemessen, musst du erstmal importieren, dann musst du das kontrollieren, dann musst du es einlagern und dann musst du davon Umsatzsteuer zahlen. Ja gut, das müssen wir hier auch, aber Zollgebühren und so weiter und so fort. Also da läppert sich ganz schön viel, bevor wir erstmal dann Umsatz machen. Also es ist nicht unmöglich, hier in dieses Businessmodell einzusteigen, wenn du dein Produkt vermarkten willst. Allerdings läppert sich das und der Aufwand ist relativ höher als beim Dropshipping und zusätzlich hast du ein gewisses Startkapital, was du ausgeben musst. Also ich empfehle zum Beispiel 10.000 Euro, um ins Amazon FBA Business einzusteigen. Zusätzlich, um auf Amazon gut zu ranken, musst du dann auch noch Bewertungen haben. Das heißt, du musst dir irgendwie Bewertungen holen, du musst den Leuten das Produkt kostenlos zuschicken durch irgendwelche Facebook-Gruppen, dass sie dir eine positive Bewertung abgeben, um eben bei der Konkurrenz auch mithalten zu können. Auch bei Amazon gibt es dann wieder einen überfüllten Markt, einen unterfüllten Markt und einen Mittelmarkt. Du musst also ein Produkt finden, was im Mittelmarkt ist, wo du dann auch deine eigene Brand aufbauen kannst. Der nächste Punkt, den ich dir vorstellen möchte, ist einfach das Branding. Also das Branding, was du selber machst. Das heißt, du baust dir einen Shop auf und vermarktest einfach deine eigenen Produkte, die du auch selber brandest. Funktioniert super, super gut. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich blende es hier ein. Das ist zum Beispiel ein Shop gewesen, der mit Dropshipping gestartet ist, mit einem Free-Plus-Shipping-Produkt und hat daraus mittlerweile seine eigene Brand gemacht. Das heißt, die haben mit dem Dropshipping-Business erstmal ihr eigenes Cashflow aufgebaut, betreiben sie bis heute übrigens immer noch, relativ lustig und haben daraus dann ihre eigene Marke gemacht und haben dem Hersteller gesagt, das machen wir mittlerweile auch so, druck uns unser Logo auf das Uhrenziffernblatt, schick uns die Ware nach Deutschland, wir übernehmen den Versand selber. Und deswegen machen wir auch das Branding. Mit dem Branding machst du mehr Umsatz und damit kannst du auch wirklich viel, viel Geld verdienen, aus dem einfachen Grund, weil es eben dein Markenzeichen ist. Du kannst dir eine Marke aufbauen. Wie baust du dir jetzt eine Marke auf? Ist wieder ein anderes Thema, aber mal kurz und knapp gesagt, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, ja vielleicht Twitter. Twitter würde ich jetzt nicht so unbedingt empfehlen. Auf jeden Fall Instagram und Facebook, dass du dich da gut positionierst, um eben ein eigenes Branding aufzubauen. Das heißt, wir werden hier viel, viel mit organischer Reichweite arbeiten, wir werden viel mit Influencern arbeiten, wir werden geile Bilder machen und so weiter und so fort. Aber auch hier beim Branding muss ich sagen, um hier einzusteigen, musst du auch wieder ein gewisses Startkapital haben. Deswegen auch hier wieder mein Tipp an dich, Dropshipping ist hier in diesem Falle einfach das Ding, wo man, ja, was für den Einstieg einfach im E-Commerce-Bereich am besten ist. Kommen wir zum nächsten Thema, um jetzt eben auch tatsächlich ein E-Commerce-Business aufzubauen. Wir müssen das Ganze ja auch irgendwie irgendwo hochladen. Also das Produkt haben wir jetzt und wir haben jetzt auch gesagt, gut, jetzt haben wir unsere, ja, wir haben jetzt unsere Variante ausgewählt. Wir haben uns jetzt mal als Beispiel fürs Branding entschieden. Was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir nämlich eine Plattform, wo wir das Ganze hochladen können. Es gibt verschiedene Plattformen, wo wir jetzt unseren eigenen Shop erstellen. Natürlich bei Amazon FBA brauchst du jetzt erstmal keinen Shop. Du nimmst den Shop von Amazon, aber wenn du dich für das Branding entscheidest oder eben für das Dropshipping-Business, musst du das Ganze irgendwo hochladen. Und dazu empfehle ich auf jeden Fall erstmal Shopify oder du sagst, nee, Shopify, da werde ich nicht so warm mit oder Shopify ist mir zu teuer, dann kannst du auch WooCommerce benutzen. Bei beiden Plattformen gibt es relativ coole Templates, kostenlose Templates, mit denen du arbeiten kannst. Und meiner Meinung ist, bleib bei den kostenlosen Templates und fang erstmal an, Umsatz zu machen, bevor du weiterdenkst. Also fang erstmal an, Umsatz zu machen, um wirklich zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Template. Ich persönlich arbeite bis heute noch mit den kostenlosen Templates, weil die einfach ultra gut sind und man damit am besten arbeiten kann. Ich habe auch hier auf YouTube eine Videoreihe hochgeladen, wo ich dir wirklich Step-by-Step zeige, wie man einen Shopify-Store von Null auf aufzieht, was man alles beachten muss, wie man seinen eigenen Shop sogar umprogrammieren kann und so weiter und so fort, wie man eigene Grafiken erstellen kann. Und das ist wirklich, wirklich wichtig zu wissen, um im Tier einen Store aufzubauen. Dann kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, den werde ich jetzt hier auch nicht dran schreiben, das ist nämlich das Marketing. Das ist nämlich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man ein gewisses Marketing hat. Also wir müssen ein Marketing aufbauen, egal was wir machen, ob wir Amazon machen, ob wir einen Branding-Store machen, ob wir Dropshipping machen. Wir müssen Marketing für unser Produkt aufbauen. Wie machen wir das? Ganz, ganz leicht. Instagram, Pinterest und Facebook. Wenn du erstmal zum Thema Pinterest mehr wissen willst, ich sage dir jetzt schon, Pinterest ist ein verdammt riesiger Markt, um sein Produkt zu vermarkten oder generell um organisch für Traffic zu sorgen, dann habe ich hier auch auf YouTube für dich eine kostenlose Playlist zur Verfügung gestellt, wo ich dir Pinterest erkläre und wie du auf Pinterest dein Produkt wirklich gut positionieren kannst und dich selber gut positionieren kannst. Und deswegen ist es auch wirklich für dich wichtig, dass du dich auf allen Plattformen positionierst, sprich Instagram, Facebook und Pinterest und dort täglich postest von deinem Produkt, was du vermarkten willst. Und wenn du jetzt schon mal die erste organische Reichweite geschaltet hast, dann kannst du auch sagen, okay, ich habe jetzt organisch gute Reichweite, ich fange jetzt mal an Werbung zu schalten. Ich sage dir gleich im Vorfeld, es bringt nichts Werbung zu schalten mit einem Instagram-Account, der fünf Follower hat und drei Posts online hat, die ein halbes Jahr her sind. Deswegen sorge wirklich für Trust. Sorge für Trust und organischen Traffic. Sorge dafür, dass du immer aktiv bist. Kommuniziere und interagiere mit deinen Konsumenten, mit deinem Kunden. Sage, hey, wie geht es heute? Oder lad ein Foto hoch. Heute ist ein sonniger Tag. Was machst du heute? Wie gestaltest du deinen Tag? In Bezug allerdings wieder auf dein Produkt. Und das ist wirklich die Magie dahinter. Und wenn du das verstanden hast und weißt, wie das funktioniert, dann ist der E-Commerce-Bereich wie für dich gemacht und du hast da auf jeden Fall nichts mehr, was dir im Wege steht. Das war es soweit mit diesem Video. Ich mache dir jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also, wenn du ein E-Commerce-Business starten möchtest, ist es wirklich das ganz Allerwichtigste. Du brauchst ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Was für ein Produkt? Trendprodukt? Saisonprodukt? Oder eben ein Produkt, was der Menschheit einfach hilft. Oder du siehst ein Produkt, was es noch gar nicht gibt und versuchst das. Zweitens, entscheide dich für die Businessart. Wir haben hier in diesem Falle das Dropshipping-Business, was für den meisten Cashflow sorgt. Wir haben das Amazon-FBA-Business, was auch für großen Cashflow sorgen kann, wenn du genügend Startkapital zur Verfügung hast. Und wir haben das Branding, was ich auch sehr, sehr empfehle, aber da auch wieder brauchst du ein gewisses Startkapital und vor allem sehr, sehr, sehr viel Geduld, bevor du letztendlich damit deinen ersten Umsatz generieren kannst. Dann, als nächstes, ist das Marketing wichtig. Wie betreibst du Marketing? Vernetze dich auf allen sozialen Netzwerken. Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube. Sei überall aktiv. Interagiere mit deinen Konsumenten, mit deinen Kunden und sorge für Trust. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Und wenn du mehr wissen willst, in der Videobeschreibung findest du einige Links. Du findest den Link zum Shopify-Kurs von mir, der kostenlos ist. Du findest den Link zum Shopify-Kurs hier auf YouTube, eine Playlist. Du findest den Link zum Pinterest-Kurs, der hier verlinkt ist. Und du findest auch noch einen Link zu meinem Online-Coaching. Bis dahin und viel Spaß. Dein Kevin Helfenstein.